Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Anne. Und ich studiere mittlerweile International Management im vierten Semester. Und wir stehen schon bald die Klausuren wieder an. Die erste Klausur habe ich jetzt am 26.06. Das ist noch so ungefähr ein Monat, wenn ihr das seht, ein bisschen weniger als ein Monat. Und ich brauche eine Strategie, ich brauche einen Lernplan. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und nehme euch da ein bisschen mit, falls euch das auch ein bisschen helfen kann. Ich würde nämlich sagen, ich habe über die letzten drei Semester das eigentlich immer alles so relativ gut hinbekommen mit den Klausuren. In diesem Video wird es ganz über das Thema Lernen, Klausurenphase, Lernplan und so weiter gehen. Ich habe dieses Semester fünf Klausuren und zwei Abgaben. Also das eine ist so ein Teil von einem Businessplan, den ich ausarbeiten muss. Und das andere ist eine Hausarbeit, die ich aber nicht alleine schreibe, sondern mit Rina zusammen. Und bei fünf Klausuren stellt sich natürlich die Frage, wie lernt man für alle diese Klausuren gleichzeitig. Weil eventuell auch mein Klausurenplan sehen, der sieht dieses Semester nicht so schön aus. Und wenn ich immer erst anfange, für die andere Klausur zu lernen, wenn die davor vorbei ist, dann wird es, glaube ich, nichts. Das Semester Video wurde sich auch mal gewünscht. Deswegen dachte ich mir, bringe ich das jetzt hier einfach mal mit ein, wie man für mehrere Klausuren gleichzeitig lernen kann, ohne komplett durchzudrehen und den Überblick zu verlieren. So, ich finde, das Allerwichtigste für sowas ist natürlich immer ein Plan. Wo ich mit irgendwas anfange, was mir dann irgendwie doch nichts bringt, weil ich mich ein bisschen verzettelt habe, fange ich eigentlich immer ganz gerne erstmal an, mir einen Plan zu erstellen. Und dafür benutze ich eigentlich immer mein iPad. Nebenbei habe ich mir jetzt gerade noch was zu essen gemacht, weil ich gleich noch zu meiner Rechtvorlesung muss. Und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation habe, das hier gleich anzugehen. Als erstes lohnt es sich natürlich immer genau zu gucken, in welchen Fächern schreibe ich denn überhaupt Klausuren dieses Semester. Wann sind diese Klausuren angesetzt? Und dann einmal überprüfen, ob ihr auch wirklich für alle Klausuren angemeldet seid. Ja, nicht, dass es dann irgendwelche böse Überraschungen gibt, wenn ihr schon für die Klausur gelernt habt. Das wäre natürlich sehr ehrlich. Und wo ich gerade drauf bin, ist die GoodNotes-App. Ich habe da meinen Lernplan. Wir haben hier einmal Menschenorganisation. Also ich habe das quasi nach Fächern einmal geordnet, was ich für welches Fach noch machen muss. Also mir hilft es halt einmal so eine Liste zu haben, wo ich den Überblick habe, wann genau ich immer was machen möchte. Und dann arbeite ich immer mit den To-Do-Listen von GoodNotes. Also da schreibe ich dann halt quasi, an dem Tag möchte ich das und das Modul von dem und dem Fach lernen, an dem Tag das und das Modul von dem und dem Fach. Aber das erste wäre erstmal einen Überblick zu verschaffen, was man für das bestimmte Fach dann jetzt überhaupt noch alles machen muss. Und wie man sich das nachher aufteilen möchte, kommt als nächstes. Denn wir müssen natürlich erstmal in den Kalender gucken und schauen, wann sind die Klausuren denn überhaupt? Oder wann ist die Abgabe? Und meistens ist es ja so, dass man Hausarbeiten noch ein bisschen später erst abgeben kann. Das heißt, dass man da noch ein bisschen länger Zeit hat, dass es vielleicht ein bisschen entspatter ist. Und die Klausuren, ich kann euch einmal hier meine Übersicht einblenden. Das wird, glaube ich, ganz schön heftig, weil das alles sehr nah aufeinander ist. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist halt wirklich früh anzufangen und auch genug Puffer einzuplanen, auch nicht zu hart mit sich selber zu sein. Wenn man jetzt vielleicht mal einen Tag nicht das geschafft hat, was man sich dann vorgenommen hat. Vor allem, wenn man sowas wie ich die eigentlich immer dazu tendiert, sich vielleicht auch ein bisschen zu viel vorzunehmen. Kalender raus und zurückplanen. Also wenn ihr zum Beispiel weiß, meine Klausur ist am 7.7. als Beispiel, dann nehme ich den 6.7. und vielleicht auch noch den 5.7. nur noch, um zu wiederholen und vielleicht noch mal ein paar Sachen zu klären. Dann mache ich an dem Tag das Modul, an dem Tag davor das Modul davor, wiederhole aber gleichzeitig immer noch die ganzen Module nebenbei. Also ich finde wirklich Wiederholungen und das immer wieder sich angucken, ist so ein bisschen das, was mir, glaube ich, bei den meisten Sachen weiterhilft. Machen wir mal weiter mit mehrere Fächer gleichzeitig lernen. Meiner Meinung nach gibt es da verschiedene Weisen, wie man das angehen kann. Einmal das, was einem am schwersten fällt, so nach dem Motto, eat the frog first. Dann einmal das Leichteste zuerst, damit man schon mal so ein bisschen Sicherheit hat und nicht Angst haben muss, wenn man sich jetzt die ganze Zeit auf dieses eine Fach, was einem nicht so leicht fällt, konzentriert. Dass dann irgendwie so die Fächer, in denen man eigentlich eine ganz gute Note schaffen konnte, dass die so ein bisschen so hinten rüberfallen. Und ich finde, es gibt auch manchmal so einen kleinen so Motivationskick, wenn man schon mal ein Modul irgendwie ein bisschen fertig hat, da schon mal angefangen hat, da schon mal auf einem guten Weg ist. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Erste zuerst zu machen. Also wenn jetzt die erste Klausur wie bei mir am 26.06. ist, dass ich zuerst mit Recht anfangen will, das meine erste Klausur ist. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, das Wichtigste zuerst zu machen oder auch das mit dem meisten Stoff zuerst. Wenn man irgendwie sagt, okay, dafür brauche ich am längsten Zeit. Ich habe mich dieses Mal für so eine Mischung entschieden. Und zwar habe ich ganz am Anfang angefangen mit dem, was den meisten Stoff hat. Und zwar ist das Arbeitszüchung. Da hatten wir aber am 10. Mai schon eine Probeklausur. Und ich wollte halt schon vorbereitet in diese Probeklausur gehen. Und es ist mir auch einigermaßen gelungen. Es ist auch mit Abstand demweil. Es ist doppelt so viel Stoff wie die anderen Sachen, würde ich sagen. Das Schwerste zuerst war jetzt bei mir Finance. Da habe ich mich die letzten paar Tage auch ein bisschen reingehängt. Und ich habe jetzt aber danach eben mit so einer Mischung angefangen zwischen Leichteste zuerst und Erste zuerst. Weil Arbeitsrecht ja, wie gesagt, meine erste Klausur ist. Und ich dachte, wenn ich das schon mal so ein bisschen safe habe und das schon mal nebenbei immer nur so ein bisschen lernen, dass ich halt jetzt das aktiv lerne und danach nur noch wiederholen muss. Deswegen habe ich da jetzt, glaube ich, vorgestern mit angefangen und gehe da halt eben parallel immer die Karten so durch. Aber das Wichtigste bei mehreren Fächern ist wirklich den Überblick zu behalten, zu wissen, welche Klausur kommt als erstes, welche kommt danach, welche kommt danach, was muss ich für welches noch machen, was fällt mir schwer, was fällt mir leicht. Und immer wieder parallel weiter lernen. Ich mache das jetzt eigentlich ganz gern, dass ich zum Beispiel mit einem Fach anfange, mich darauf erstmal konzentriere und erstmal so das grob einmal alles durchgehe. Und wenn ich mit dem Fach fertig bin, mache ich das nächste und gehe das grob durch. Ich gehe aber nebenbei immer noch die Sachen durch. Und man muss halt aufpassen, dass man wirklich richtig priorisiert und wirklich schaut, was ist mir wichtig, dass ich jetzt vielleicht statt A2, 0, 1, 7 in diesem Fach bekomme oder dass ich das andere Fach überhaupt bestehe. Da muss man manchmal schon echt Abstriche machen. Das habe ich auch vielleicht jetzt mit Marketing und Statistik letztes Semester ein bisschen verkackt. Da war nämlich meine Marketingklausur echt gut. Die war fünf Tage vor meiner Statistikklausur. Ich habe mich die ganze Zeit nur auf Marketing fokussiert und dann ist Statistik leider dementsprechend nichts geworden. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich immer sehr viel Wert darauf lege, auch so die realistische Seite vom Studium zu zeigen. Oder nicht nur die realistische Seite vom Studium. Das habe ich eigentlich auch schon während des Auslandsjahres gemacht, dass ich auch mal geteilt habe, wenn es mal nicht so super lief. Weil mir das einfach wichtig ist zu zeigen, dass nicht immer alles super und perfekt und organisiert ist. So ist es nämlich bei mir auch überhaupt nicht. Und ich finde das eigentlich auch manchmal ganz gut, wenn man mehrere Fächer gleichzeitig lernen kann. Weil ich merke, dass wenn ich mich jetzt irgendwie mehrere Stunden auf ein Thema wirklich fokussiert habe oder auf ein Modul, ein Fach fokussiert habe, dann habe ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich jetzt erstmal wieder was anderes machen. Auch mal einen ganz anderen Aufgabenbereich. Das gefällt mir halt eigentlich auch in meinem Studium sehr gut, dass halt nicht alles so ähnlich ist. Ich studiere International Management, also BWL mit so ein bisschen internationalerem Fokus. Also es ist halt vielfältig. Und ich finde, das ist manchmal auch der Vorteil daran, wenn man mehrere Fächer gleichzeitig lernen muss, weil man auch ein bisschen Abwechslung im Lernen hat und nicht zwei Wochen am Stück am gleichen Fach rum sitzt. Wenn jetzt aber alles so total vielfältig ist, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man die richtige Lernmethode für das richtige Modul findet. Meiner Meinung nach sind Lernmethoden immer sehr persönlich. Deswegen kann ich euch auch nur das mitgeben, was für mich am besten wirkt. Also ich mache das eigentlich bei den Sachen, die man wirklich auswendig lernen sollte oder irgendwie grob darüber Bescheid wissen sollte, so dass ich mir während des Semesters, also Semesterbegleitend zu den Vorlesungen, schon immer Karteikarten dazu schreibe. Dazu benutze ich immer entweder die Lernsets oder die Lernkartenfunktion auf GoodNotes. Und ich mache das immer schon parallel zu den Vorlesungen, damit ich das dann zwischendurch immer nochmal durchgehen kann. Vielleicht, dass man letzte Woche nochmal wiederholen kann, dass man vor zwei Wochen nochmal wiederholen kann. Dass man halt einfach schon mal so ein bisschen im Thema drin ist und schon mal so ein bisschen was weiß. Das funktioniert aber natürlich bei irgendwelchen mathematischen Formeln oder so nicht so gut. Wenn man die einfach nur auswendig lernt, das muss man halt schon anwenden können. Deswegen, wenn ihr irgendwie so Problemsets machen müsst, ist halt dann mal ein bisschen Abwechslung. Aber da funktioniert das halt nicht alles, wenn man nur mit auswendig lernt. Da muss man auch manchmal so ein bisschen selber nachdenken. Manchmal überstelle ich mir auch ganz gerne Übersichten. In Arbeitspsychologie und in Organisationspsychologie haben wir zum Beispiel so sehr viele Modelle. Und da haben Rina und ich uns so eine Übersicht gemacht, die ich mir da einfach gut angucken kann. Ich bin persönlich nicht mehr so der Fan von Lernzetteln, weil es für mich einfach nicht so viel bringt, wenn ich das einfach nur durchlese. Ich finde es immer ganz gut, mir bevor ich das erste Mal mit dem Karteikarten-Set anfange, mir einmal noch die Vorlesungsfolien dazu durchzulesen. Aber da steht sowieso alles drauf, was ich auf meine Lernzettel schreiben würde. Deswegen lese ich mir eigentlich einfach immer nur die Vorlesungsfolien durch und gehe dann meine Karteikarten durch. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr seid Leute, die sehr gut mit Lernzetteln lernen können, dann behaltet das auf jeden Fall bei. Eine Sache, an der ich manchmal auch ein bisschen scheitere, ist die Routine am Lernen. Und zwar ist das wirklich so dieses kontinuierlich jeden Tag ein bisschen was machen. Ich habe das sehr oft, dass ich so einige Tage habe, vor allem so in der Woche, an denen ich so komplett durchhasse, von morgens bis abends, nur irgendwas in mich reinpresse. Und dann habe ich so einen Tag, wo ich so meine, okay, mir reizt, ich kann gar nichts mehr, wo ich dann wirklich einen Tag mal gar nichts mache oder auch zwei Tage mal gar nichts mache. Obwohl es ja wahrscheinlich viel sinnvoller und nachhaltiger wäre, wenn ich einfach jeden Tag so ein kleines bisschen und wenn es nur eine halbe Stunde einmal kurz Karteikarten durchgehen ist. Und ich bin eigentlich von Natur aus, würde ich sagen, eher Langschläferin. Das heißt, es fällt mir, vor allem wenn ich jetzt nicht irgendwie in die Uni muss und irgendwelche Verpflichtungen habe oder so, manchmal ein bisschen schwer, morgens auch früh aus dem Bett zu kommen. Deswegen fange ich eigentlich immer ganz gerne mit einer Aufgabe an, die jetzt noch nicht so viel Kapazität erfordert. Und zwar ist es, dass ich gerne morgens einfach im Bett mein iPad schon mal raus höre und einfach nochmal irgendwie Karten von gestern durchgehe, mir nochmal irgendwelche Lernkarten anschaue. Vielleicht auch in einem Modul, was mir schon mal ein bisschen Spaß macht, was ich jetzt nicht ganz schlimm finde. Und dann geht es auch irgendwann an den Schreibtisch und ich fange an, irgendwie ein Problemset zu machen oder Literatur für die Hausarbeit rauszusuchen oder mir für den Businessplan was zu überlegen. Ich wohne hier in Flensburg mit einer sehr guten Freundin und auch Kommilitonin von mir zusammen. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann kennt ihr sie auch, das ist nämlich Rina. Und während der Klausurenphase hat sich das letzte Mal so ein bisschen so eingebürgert, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf unserer Couch im Wohnzimmer chillen. Was heißt chillen? Persönlich finde ich das manchmal ganz cool, wenn man einen Lernpartner hat, mit dem man sich auch ein bisschen austauschen kann. Aber manchmal hilft auch schon so ein bisschen so dieser soziale Druck, dass man sagt, man hat sich irgendwie zum Lernen verabredet und will jetzt auch zusammen irgendwie ein bisschen produktiv sein. Aber dieses gemeinsame Lernen funktioniert für mich auch nicht in jeder Phase des Lernprozesses, sage ich mal. Weil wenn es wirklich darum geht, dass ich mir am Anfang den Stoff irgendwie aneignen muss, dann muss ich das meistens auch alleine machen. Also mich wirklich hinsetzen, mir das angucken, irgendwie in meinen Kopf kriegen. Das sind meistens die Sachen, die ich alleine machen muss. Was mir persönlich auch sehr wichtig ist und was mir auch vor allem in der letzten Personphase sehr aufgefallen ist, und zwar ist das Mental Health. Weil ich finde, da wird wirklich in der Klausurenphase ein bisschen zu wenig drüber gesprochen. Ich finde wirklich dieses System mit, du kannst gefühlt drei Monate machen, was du möchtest. Und dann musst du zwei Wochen lang abliefern und dann interessiert es wieder für ein halbes Jahr niemanden, was du machst. Bisschen schwierig. Vor allem, weil wir halt keinen zweiten Prüfungszeitraum haben. Das heißt, wenn ich in diesen zwei Wochen krank bin, dann kann ich das ganze Semester eigentlich vergessen. Und ich finde, es ist halt sehr leicht während der Klausurenphase, wenn wirklich der Fokus nur auf diesen ganzen Klausuren ist und darauf, dass man so viel Stoff hat, den man irgendwie in sich reinkriegen muss, sich nicht mehr so gut um sich selber zu kümmern. Sei es die physische Gesundheit, die psychische Gesundheit. Sozialleben kann man in der Zeit sowieso total vergessen. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die nebenbei noch wirklich arbeiten müssen. Man muss auf jeden Fall lernen, wie man mit diesem Stress umgeht. Ich habe das Gefühl, man fühlt sich manchmal so ein bisschen gefangen. Irgendwie, als könnte man nicht aufstehen. Man hat automatisch ein schlechtes Gewissen, weil man weiß, okay, ich habe aber doch in einer Woche diese Klausur und ich bin darauf noch nicht richtig vorbereitet. Und die andere Klausur, die da auch noch ist, da weiß ich auch noch nicht alles. Also ich finde, es ist wichtig, in dieser Zeit auch wirklich mal die Uni zu priorisieren und auch mal zu sagen, okay, ich trete vielleicht, wenn es möglich ist, bei der Arbeit ein bisschen zurück. Vielleicht kann ich einmal weniger mit meinen Freunden weggehen. Ich finde, es hilft auch ganz viel, wenn man es einfach annimmt, dass es jetzt für die paar Wochen hier einfach mal ein bisschen stressiger ist. Ich glaube, es kann auch gut sein, wenn man wirklich sein Handy mal gezielt auch den ganzen Tag mal weglegt und sich nur auf das Lernen fokussiert und auch mal so die Welt da draußen, einfach mal so die Welt da draußen sein lässt, damit man davon nicht auch noch irgendwie gestresst wird, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann so Social Media sieht, wie dann einige im Urlaub sind und die anderen haben noch gar keine Klausuren. Wirklich sagen, okay, heiße Phase, Klausurenphase, ich nehme mir pro Tag eine halbe Stunde, in der ich wirklich Sport mache und ich glaube, eine halbe Stunde, die kriegt man schon irgendwie hin. Und wenn es einfach nur abends einmal kurz ein Spaziergang ist, dass man einmal wenigstens das Licht gesehen hat, einmal an der frischen Luft war für den Tag. Sport und gesunde Ernährung sind da wirklich was, was meiner Meinung nach, glaube ich, immer hilft. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, das zu priorisieren, auch mit diesem ganzen Koffein- und Energy-Zeug und so, da bin ich auch nicht ganz unbeschuldig. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es nur ein Studium ist, dass man selber auch noch gut ist, wenn man jetzt eine Klausur mal nicht so gut schreibt oder auch eine Klausur mal nicht besteht, ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, alles immer so ein bisschen abmessen, sich nicht zu doll stressen lassen, aber auch nicht zu wenig. Also man will ja auch irgendwie das gut machen, meistens ein bisschen Anspruch hat man ja an sich selber auch. Und da finde ich für mich auf jeden Fall schon wieder Strategie und Plan verhindern den Stress. Wenn ihr euch rechtzeitig hingesetzt habt, rechtzeitig einen Lernplan geschrieben habt, einen guten Lernplan geschrieben habt, der auch mal Pausen zulässt, der auch mal zulässt, dass ihr ein Thema vielleicht nicht so ganz verstanden habt und dafür ein bisschen länger braucht, der auch mal zulässt, dass ihr mal einen Tag sagt, nee, heute nicht. Und da hilft halt, um ehrlich zu sein, nur früh anfangen und während des Semesters auch immer schon kontinuierlich was machen. Ich wünschte, ich könnte euch einen besseren Tipp geben als diese Strebersachen hier und hätte irgendwie die perfekte Lösung gefunden, wie man ohne Lern und ohne Stress irgendwie gute Klausuren schreiben kann, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, denn ich plane in der Klausurenphase auch ein bisschen zu vloggen, um euch mal so ein bisschen die Realität zu zeigen, wie genau das bei mir aussieht. Falls euch das jetzt schon interessiert, dann kann ich euch gerne mal den Vlog von der letzten Klausurenphase da lassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat und ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte und natürlich auch, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!